Herzlich Willkommen zurück auf meinem Kanal zu City Skylines 2 ihr Lieben und ich kann euch endlich mein neues Projekt vorstellen und zeigen. Ich habe schon länger jetzt darauf gewartet und ich wurde nämlich eingeladen an einem Multiplayer Projekt teilzunehmen und ich muss ehrlich sagen ich war sofort begeistert und dachte mir ok passt das mache ich. Jetzt fragen sich natürlich viele Multiplayer in City Skylines 2 geht ja gar nicht. Habt ihr recht aber es gibt natürlich Möglichkeiten man kann sich ja die Städte hin und her schicken und wir sind jetzt zu fünft mit mir also es gibt noch vier andere. Das ist einmal der Preyplay, der Morlelord, der Lars5555, ich hoffe ich habe keine fünf vergessen und der ErpowerLP. Verlinke ich euch natürlich in der Videobeschreibung, könnt ihr dann gerne mal reinschauen zu den vier. Die machen super Content und super interessant alle vier. Jetzt kommen wir mal zu den Regeln. jeder von uns ist ein Monat Bürgermeister der Stadt Vierlefanz. Übrigens mega geiler Name wirklich. Und jeden Sonntag kommt eine Folge um 9 Uhr zu je 30 Minuten plus minus paar Minuten. Schauen wir mal. Und ja, wir haben die Map Korallenüberfluss. Mods sind erlaubt, aber nur die bauen Mod. Also nicht wundern. Wir spielen ja ohne Anarchie oder irgend sowas. So, dann würde ich sagen wir legen jetzt los. Wir sind im Spiel. Wir können uns einmal die Map anschauen, was die vier bis jetzt fabriziert haben. Ich finde die schaut super cool aus. Weil es ist halt natürlich interessant. Jeder bringt seine Ideen rein. Jeder baut anders. Jeder hat andere Vorstellungen. Und das macht es, finde ich, dann so interessant, dass man dann auch sieht, wie die Stadt sich entwickelt und was da draus passiert. Ich hoffe, ich mache nichts kaputt. Und ich würde sagen, wir drücken mal auf Play. Schauen wir mal, was die Jungs hier fabriziert haben. Stadt schaut aber sehr gesund aus. Verkehr ist, ja, ist okay. Meer ist okay. Strom ist okay. Wasser ist okay. Deutlich sogar Gesundheit. Krematorium. Ich glaube, da wären wir... Ah, ich glaube, da wären wir da hinten noch ein Sieben bauen. Tatsächlich. Schauen wir mal da hinten aus. Ah, da ist gar nichts. Schaut mal. Da ist gar nichts. Das werden wir mal machen. Haben wir da auch keine Gesundheit? Nein. Dann machen wir das. Machen wir da eine Klinik hin. Weil sonst sterben uns die Leute weg. Krematorium. Geht sich das da aus? Da ginge es sich aus. Machen wir das da her. So. Jetzt sollte das eigentlich wieder ganz gut ausschauen. Genau. Jetzt haben wir das da geklärt. Feuerwehr. Schauen wir da aus. Ja. Ist okay. Das kann man nicht derweil einmal lassen. Da hinten ist halt gar nichts. Sollten wir vielleicht da noch eine hinbauen, oder? Geht sich die... Da, oder? Nein. Da könnte man es... Die müsste halt vielleicht zentral sein. Ich würde die halt nicht vielleicht direkt auf die Hauptstraße bauen. Mach's da her. Ja. So. Wir haben hier die Bahnhöfe. Ja. Zugdepot. Und das ist Industrie alles. Sehr schön. So. Hier ist das Gaskraftwerk. Da haben wir auch Industrie. Meine Idee ist es ja, diese Inseln hier zu nutzen. Und dafür habe ich mir gedacht, wir kaufen uns diese Gebiete mal. Und bauen uns hier auf den Inseln schön aus. Ich finde, das ist eine ganz coole Idee. So quasi Manhattan-Style und sie in die Richtung. Und dann schauen wir mal, was da passiert. Wir kaufen uns die mal. So, los geht's. Genau, jetzt müssen wir noch schauen, dass wir hier... Terraform... Ich hoffe, ich mache nichts kaputt. Dann mal auf. 300. Genau. Mach's mal so. Schauen wir mal, was es da gibt. Haben wir das schon? Anschlussstellen. Ich überlege nur, auf was ich gehen soll. Müll. Recyclingzinn, Verbrennungsanlage. Machen wir mal das. Universität. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Das haben wir alles. Tatsächlich. Mach das mal so. Und ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt mal da rüber. Von der Stelle da. Genau, wir haben das freigeschalten. Die große Brücke. Kann ich das jetzt da... So, kann ich da noch drunter fahren. Genau, da können wir jetzt weggehen. Jetzt machen wir es so. Kurve. Jetzt habe ich es, glaube ich, dann. Da wohnen. Da wohnt halt niemand. Das will ich auch nicht, aber... Wir können da drüben dann so eine Sehenswürdigkeit quasi machen. Das würde ich ganz leibend finden. So. Kann ich da durchfahren? Mach ne... Da kann man durchfahren, oder? Ja. So. Dass man hier das dann verbindet. Genau. Das kann man schöner verbinden. Das ist genau. Danke. Und... Hier machen wir jetzt... Quasi... Eine Gerade rein. Oder wie machen wir das? Ich würde das nur von da aus so machen. Genau. Dann gehen wir einmal so. Einmal so. Und eine Straße verbinden wir noch da. Und das machen wir so. Das heißt, die Leute können dann da rüber gehen. Und... Ja, wir haben jetzt da die erste Insel. Dann werden wir noch einen Fußgängerweg darüber machen. Wenn das funktioniert. Das ist immer so eine Sache. Wo haben wir es? Da. Wenn das irgendwie möglich ist. Hätte ich gern da... ...einen Fußgängerweg rüber. Ja. Ausgezeichnet. Darüber auch. So. Und hier. Dann mal Kurve. Dann machen wir das so. Das noch weg. Und hier machen wir so einen Freizeitpark quasi. Das kostet denn sowas? Nein! Stopp! Verdrückt! Haben wir sowas schon freigeschalten? Große Parks. Sehenswürdigkeiten. 5,6. Das ist noch zu teuer. Das halt wirklich... Das ist alles zu groß, ne? Alter. Sowas halt zum Beispiel. Aber das kann man ja später noch nachbauen. Oder wir machen einfach... Oder nicht. Haben die keine Straßenverbindung? Also die Brücke zählt nicht. Okay. 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 So. Aber jetzt, oder? Ja. Na schau. Straße ist verbunden. Die Schule steht. Und wir machen jetzt hier ein paar Bürogebäude. Wir brauchen nicht mehr viel. Ich warte noch ein bisschen. Wir machen aber hohe Dichte. So her. Ich glaube, es schaut das geil aus. Obwohl... Warte mal. Gibt es einmal weg. Und dann macht da vielleicht gleich einmal das hier. Und das verschönern wir noch da. Also hierfür. Und da noch ein bisschen wirtrai. Dann machen wir dasselbe. Sehr schön. Dann haben wir das einmal. Wir machen schneller. Die bauen da ganz brav. Feuerwehr habe ich jetzt gebaut. Bauen das aus. Die Polizei ist noch okay. Wir haben natürlich da noch keine Sachen. Genau, kleine Gebäude brauchen wir dabei nicht. Wir bräuchten halt Büro. Ah, da entstehen schon die ersten Häuser. Cool. Hat schon was. Aber ich glaube ich sollte die Straße da verbinden. Warte mal. Mach das so. Genau, dass die Straße da verbunden ist. Mach so. Ah, schaut mal. So bist du... Das verstehe ich nicht. Also, gebaut, gebaut. Und... Wir sind gleich eine neue Stadt quasi. Wir müssten vielleicht da noch ein bisschen aufschütten. Ich würde nämlich den Platz gern nutzen. Schaut gut aus. Jetzt können wir den Platz da hinten nämlich auch nutzen von den Gebäuden. Schaut denn mal. Schaut mal. Schauen wir jetzt aus. Ah, jetzt können wir das alles nutzen da hinten. Cool, cool, cool. Schaut mal, schaut mal. Dann machen wir noch ein paar hohe Gebäude. So, da wirklich an den Rand. Macht's das mal. Ah, Tatort. Super. Da ist schon wieder was passiert. Das Geld schaut gut aus. Haben wir im Griff. Da ist ein Stau, gell? Aber schön schaut das aus da. Boah, da ist ein Verkehr. Ja, bist du wahnsinnig. Ei, 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 ei. Frage ist nur, vielleicht kann man das... Hm. Lassen wir das mal. Das müssen wir uns noch mal anschauen wegen dem Verkehr. Ich will auch nicht zu viel reinpfuschen dann. Wir haben hier große Kreuzungen. Das ist klar, das passt. Haben wir eigentlich schon so eins? ein Wartungsgebäude, ich denke nicht, gell? Oder hinten. Da ist, glaube ich, keines. Lass das mal da her bauen. Irgendwo. Irgendwo. Da wäre, glaube ich, ganz gut, dass die Leute, oder dass wir da wirklich auch weiterkommen, dass die die Straßen wieder sich anschauen. Ich warte ja nur drauf, ich hätte nämlich gern hohe Gebäude. So, da wird so ein kleines Viertel einfach entstehen. Ja. Und da machen wir dann, weiß ich nicht, eine Sehenswürdigkeit rein oder so. Das schauen wir sich dann noch an, was da genau daraus wird. Ich hätte irgendwie das auch cool finden. Wenn ich das so machen könnte. Aber das... Das würde ich nicht kennen. Warte mal. Geh mal runter. Es geht nicht. Sehr schön. Aufsteigen, aufsteigen. Was ist denn eigentlich mit dem Müll? Das ist mein Rät. Also, der schaut super aus, aber wir haben ja keine Müllverarbeitung oder sowas, ne? Sollte man nichts von der Müllverbrennungsanlage machen, oder ist es derweil noch nicht so wichtig? Wo ist denn eigentlich hier Industrie? Das ist Industrie. Das ist Industrie. Müssen wir aufpassen wegen dem Wind. Ich hoffe, dass wir das da nicht... Industrielle Produktion. Da ist Industrie schon. Genau. Dass wir da vielleicht noch was hermachen. Ich hoffe, ich baue jetzt nicht gerade wo rein, wo ich nicht reinbauen darf. Aber ich denke, das sollte funktionieren. Ähm... Was ist denn jetzt? Haben wir noch ein bisschen... Da können wir das noch ein bisschen... ausfüllen. Warte mal, mach da noch ein bisschen mehr. Ja. So. Dann geht da wieder her. Baut da noch ein Sinn. Da ist ein Stau, das gibt es ja gar nicht. Hm. Okay, das war vielleicht nicht so durchbacht. Ähm... Ei, ei, ei. Kommen unten die ganzen Leute hier? Ich brauche da vielleicht einen Kreisverkehr. Warte. Ja. Danke. Jetzt da vielleicht. Besser glaube ich, gell? So. Das ist, glaube ich, jetzt besser. Ah, sehr gut. Meilenstein. Perfekt. Ah, die Leute sollen da nicht parken. Das möchte ich nicht. Macht's die mal weg da. Beim Kreisverkehr schon mal gar nicht. Da machen wir es auch weg und ihr parkt es da bitte auch nicht. Vor allem da nicht auf der Hauptstraße. Ich weiß, ich mache euch da noch Parkplätze. So. Da dürft ihr dann gern parken. Das ist überhaupt kein Problem in den Seitenstraßen, aber da auf der Hauptstraße nicht. Gut. Wir können jetzt hohe Bürogebäude bauen. Das ist so ein kleines Wohnbürogebäudeviertel wird. Mit hoher Dichte einfach, wisst's. Da können wir noch ein bisschen was dazugeben. So, dann schauen wir aus. Ja. Perfekt. Das lassen wir mal werkeln, das Zeug hier. Schaut schon mal cool aus. Na gut, meine Leute, meine Lieben. Ich würde sagen, das war's jetzt mal mit der Folge. Wir haben die Bilanz ein bisschen nach oben gekriegt. Das entwickelt sich hier. Danke auf jeden Fall nochmal für die Einladung, dass ich da mitspielen darf. Macht mir eine Menge Spaß. Und ich finde, die schaut vorhin schon. Hat's wirklich cool ausgeschaut. Und da ist jetzt ein Riesenstau. Das überrascht mich jetzt nicht. Vielleicht sollten wir da dann auch irgendwas machen. Müssen wir schauen. Das werden wir uns aber in der nächsten Folge anschauen. Am nächsten Sonntag. Schaut's dann wieder gern rein. Würde mich freuen. Und bis dahin wünsche ich noch einen wunderschönen Tag, meine Lieben. Macht's das gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.